Grüß Gott. Ja, der Obersklabe ist da, der Hilfsklave, der friert, der hat sich wirklich beschwert, weil er kann nicht einmal seine Gitarre stimmen, weil es so arschkalt ist. Es ist so kalt und man kann nicht einmal eine Jacke kaufen gehen. Schaut, er hat nur eine Weste. Meine Jacke ist eben dann doch ein bisschen zu klein. Kann man nichts machen, aber wir warten halt auf den siebten oder achten. Gehen wir am achten, wenn alle Geschäfte offen haben und sich dann wieder alle anstecken. Da freuen wir uns. Da gehen wir uns dann eine Jacke kaufen. Vielleicht sehen wir uns ja da in der SCS oder beim XXX Lutzke. Schauen wir mal, wo wir uns da treffen. Oder vielleicht brauchen wir einen neuen Stuhl oder sowas dann beim Ikea. Also wir werden schon was finden, was wir einkaufen können am achten. Weil wir haben jetzt so lange kein Geld ausgegeben. Wir müssen jetzt Geld ausgeben. Wir müssen, wenn alles aufsperrt, wieder Geld ausgeben. Obwohl ich ja nicht weiß, ob wirklich aufgesperrt wird. Aber ist egal. Sonntag ist, da regen wir uns nicht auf. Da singen wir einfach das Corona-Lied. Schaut, der Obersklabe spricht. Ich bin sich gewöhnt, dass da jemand anderer redet außer mir. Das ist echt... Okay. Gut, Corona-Lied, der hat's ja gesagt. Also los geht's! Wie wird der Jahreswechsel denn gefeiert? Bin ich dieses Weihnachtsfest echt ganz allein? Auch nach Monaten mit Masken brav verschleiert? Kein Ende ist in Sicht. Wie kann das sein? Und alle mitsingen zu Hause! Corona, Corona, Corona. Corona, du hast uns am Sack. Corona, 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 Corona geschleicht dich zack, zack! Du bist ausgebrochen, eine Impfung wird versprochen. Bis dahin haben wir uns verkrochen. No, 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 no. Man kann noch alles kaufen. Hefe, Obst, Klopapier, Haufen. Und ganz viel Alkohol zum Saufen. Oh, no, 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 no. Auf Mehl, Milch und auch Eier fliegen wir wie wilde Geier. Für die Privatpalatschinkenfeier. Oi, 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 oi und weiter geht's! Corona, 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 Corona. Corona, du hast uns am Sack, zack! Corona, 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 Corona geschleicht dich zack, zack! Doch bitte keine Panik, wir sind nicht auf der Titanic, du bist damit nicht alleinig, oh no 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 no. Also bitte keine Panik, wir sind nicht auf der Titanic, du bist damit nicht alleinig, oh no 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 no. Und alle miteinander geht schon! Corona, Corona, Corona. Corona, Corona, du hast uns am Sack, 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 Corona, 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 Corona geschleicht dich, zack, zack. Aber bitte keine Panik, wir sind nicht auf der Titanic, du bist damit nicht alleinig, oh no 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 no. Also bitte keine Panik, wir sind nicht auf der Titanic, du bist damit nicht alleinig, oh no 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 no. Oh no 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 no, oh no 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 no, oh no 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 no. Bravo! Bravo! Und ein Klatscher für die Renate muss ich machen. Ah, ein Klatscher für die Renate, okay, oh gut, ja, liebe Grüße an die Renate, und auch an alle euch da draußen, die noch sehr brav zuhause sitzen und denen es schon am Arsch geht, es geht uns allen am Arsch, aber irgendwann geht dieser Arsch auch vorbei, ja, so, haltet es, ja, genau. Sind wir froh, dass wir nicht in Griechenland sind. Genau, sind wir froh, er sagt, sind wir froh, dass wir nicht in Griechenland sind. Für alle, die es nicht wissen, in Griechenland ist es so, bevor du dein Haus verlassen darfst oder deine Wohnung, musst du eine SMS schicken und warten, bis du eine Bestätigung aus SMS bekommst, dass du überhaupt raus darfst. Und wenn du es nicht hast und trotzdem auf der Straße erwischt wirst, dann wird es teuer. Genau, also, so sind die Griechen, gell, das hat es gott sich. 150 Euro. 150 Euro, und das ist in Griechenland eigentlich sowas wie bei uns, 1500 Euro, gell, muss man sich halt so in der Relation ein bisschen, gut. Ah, hätte man das auch geklärt, wir sehen uns morgen wieder und ich sag's euch, der Dezember wird definitiv das Ende sein von den Quarantäneliedern. Danach wird es sie in dieser Form einfach nicht mehr geben. Also seid dabei, wenn euch langweilig ist, jeden Tag um 18 Uhr. Wenn 2021 wieder ein Lockdown kommen sollte, dann werde ich mir was anderes überlegen, gell, deshalb ausnutzen, dabei sein bei den Quarantäneliedern. Und ich werde schauen, dass ich den Sklaven vielleicht kriege, gell, gell, für den nächsten Tag. Vielleicht schaffen wir's, naja, das geht's ja noch nicht aus, bis nächsten Tag vielleicht. Na bitte nicht, sonst kommen die Leute und spenden die einen, nein, so schlimm ist es auch nicht, ja. Er wird das wohl aushalten, die fünf Minuten draußen an der frischen Luft, geschadet ja nix. Gell, also, bis morgen, wir sehen uns, Punkt 18 Uhr. Okay, der ist morgen, ja der ist ein netter Teil, der Oberstklaube, aber der vielleicht. Schauen wir, tschüss, papa!